Ah, Mann ey, das wäre echt einfach. Das würde uns vieles einfacher machen. Halt die Schnauze, Klados. Ich bin schwer am Arbeiten. Stimme, ich möchte nicht zu laut sein. Einfach ganz locker. Aber du hast recht, ich will dich übertönen wahrscheinlich. Ein bisschen. Das war ich nicht. Nein. Äh, was steht denn da? So, so, sehr interessant. Was haben wir hier? Äh, leave your belonging here. Ach, du bist, ah, du bist so schlau. Gut. Kommt rüber, Junge. Soll ich rüber? Ja, ich fahr das hier aus da hinten. Und dann kann man, ähm, diesen Strahl. Ah, und den Strahl hier, oder? Moment, ich, ich mach den Strahl, okay? Achso, okay, ja, mach mal. So. Übrigens, von hier aus kann man auch noch da dran an dieses Ding. Äh, ah ja, okay. Äh, was bringt uns jetzt der Strahl? Wir müssen wahrscheinlich damit das Gehl irgendwie befördern. Ja. Das heißt, du musst dich jetzt ums Gehl kümmern. Ja, und du machst mir die, ähm, Strahlung sozusagen so, dass ich hier, ne, verstehst du? Ja, aber ich sehe jetzt nicht, wo ich Portale machen kann. Weil der Strahl ist... Hier kannst du eins machen. Äh, Moment, ich duck mich mal. Ja. Ich hab's. Okay, aber ich mach mal jetzt einfach daneben. Dann ist meins... Versuch mal, versuch mal deins. Nein, die überlappen sich. Es kann immer nur ein Portal auf einer Fläche sein. Dann machen wir es einfach in den Tempo. Ah, ne, Quatsch, passt schon. Oh, passt. Super. Und jetzt fliegt das nämlich hier auf den Boden. Okay, und was, das bringt uns was? Gar nicht. Gar nicht. Also, wir müssen da drüben hin. Haben wir hier irgendwo... Nein, 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 nein. Oh, tut mal... Oh. Ah, ich... Ich war's zu weit gegangen. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Was? Schau mal, komm mal her, schau über meine Sicht. Okay. Wir lassen hier den... Wir müssen das Gehl hierher befördern, damit es hier landet und einmal hier landet. Ja, dann können wir da rüber springen, dann da drauf und dann... Ja, genau, und dann machen wir boing, boing und dann sind wir drüben. Aber das heißt... Wir müssen von da drüben das irgendwie her befördern. Über einen Strahl. Aber das bringt nicht viel. Moment... Ich kann das da anspritzen. Was meinst du? Warte, ich komm mal her. Ich komm mal zu dir. Komm, sehr jung. Ich komm, ich komm zu dir her. Wow. Wow. Ich hab hier eine Portal, hab da eine Portal und mach rasch mir und knasch mir. Genau, jetzt drück mal auf den... Drück mal auf... Drück mir mal. Was passiert? Wo fällst hin? Mach du das mal. Mach hier eben du die Portal und ich zeig dir, wo's hingeht. Äh... Okay, irgendwie jetzt... So etwa, oder? Ja, und dann da. Und dann hier. Okay. Und jetzt drücke ich den Knopf. Jupp. Gut, also unten haben wir schon ein bisschen... Schau mal über meine Sicht. Da haben wir ein bisschen... Aber das muss alles blau sein. Ja. Und ich kann nicht durchschießen. Moment. Hier haben wir auch noch eins, dann mach ich... Genau. Und du setzt das... Versuchst das daneben zu setzen. Hm. Wie... Wo daneben? Ähm. Ah... Ah, da. Äh. Nee, das nützt ja auch nichts. Mooooom... Nee, was bringt das? Geh mal hier runter? Ich spring mal ein bisschen. Vielleicht überschaue ich dann irgendwas. Ich mein... Ich kann hier ja nicht durchschießen. Das geht hier nicht. Wupp. Wuhh. 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 Oder und einmal hier und dann... Okay. Claudius G kommt sofort. Okay. Genau, gut, also eine Fläche haben wir schon mal Wir brauchen ein bisschen mehr noch da Okay, ich drücke, es kommt Oh Muss reichen Ähm, wie man, okay, ich kann hier durchgehen Aber das bringt mir nicht viel Da muss jetzt auch noch was hin Moment Ne, ich stehe mitten in dem Feld Aber ich guck, ich komme hier nicht hoch genug Um hier hin, um hier zu schießen Was? Ja? Oh, jetzt kommt meine Mutter Ah je Ja, ich bin mal ganz kurz für vielleicht 10 Sekunden weg Okay, okay, und der war richtig was Ähm, okay, bis gleich Bis gleich Also Okay, also jetzt ist er kurz mal weg Jetzt können wir mal überlegen, wie es hier weitergeht Hm Also hier die Fläche haben wir schon Das ist ja wunderbar Aber hier brauchen wir auch noch Gel Und das muss doch auch noch irgendwie dorthin kommen Irgendwie über die Fläche Komme ich vielleicht von da hin Hoppala Hm Einmal hier Aber das muss sich ja bewegen Ich lebe noch weiter auf Oder? Hm Äh Ne Ich hab mal Ich hab mal grad geschaut Also hier muss noch Gel hin So Ich bin wieder da Ich höre dich jetzt auch wieder Ja, okay Also gut Also wir wissen Hier muss noch Gel hin Aber wie machen wir das? Weil durch das Feld Kennen ja die Portale nicht Das ist ein bisschen komplizierter Ja Hm Man, 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 man Da geht auch nicht Da ist schon irgendwie Kram dran Äh, ich hab Ich hab ne Vielleicht ne Idee Mach nochmal Da an Potter Okay Hm Und dann dein Dein rotes mal hier hin Oh Ach da Da Hm Aber dann bewegt die sich so hin Wir bräuchten, dass es sich umkehrt Haben wir mal nicht Ja Es geht nur in eine Richtung Können wir uns leider noch nicht leisten Ja, leider nicht Äh, und hier haben wir auch nichts Hm Ich vermute einer Ich muss hier wahrscheinlich auf der Seite bleiben Hä? Wo? Äh Ja Panda macht nom 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 Panda macht nom 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 Wusstest du eigentlich, dass Panda gestorben ist? Hä? Der Das hat der Hat der Chan Video gemacht, dass Panda gestorben ist Wahrscheinlich wegen dem Anschlag Wegen dem Irgendeinem An Irgendeinem Versagen oder Anschlag Also nicht Anschlag Wie sagt man da nochmal? Umbringen Töten Abschlachten Nein, wegen dem Anfall, genau Herzanfall oder sowas Ach, jetzt schön Haha Ja Okay Okay, das bringt aber nichts Ich kann da doch bestimmt rüberspringen Ich versuch mal vorbeizukommen Ah, Mann, ey Das wäre so einfach Das würde uns vieles einfacher machen Äh Halt die Schnauze, Glados Ich bin schwer am Arbeiten Ich bräuchte Ich bräuchte hier Ich bräuchte hier Wir brauchen Was machst du gerade? Warte, ich schau über deine Sicht Was mach ich hier? Du hängst im Gitter fest Jetzt kannst du nirgends hin Du musst ins Wasser fallen Kannst du jetzt leider nichts ändern Nein, da gibt es doch einen Glitch Da kann man Ja, 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 ja Hä? Wie geil Wie geil Jetzt kann ich Jetzt kann ich einfach bis zur Wand Das wollte ich nur ein einziges Mal machen Okay Und zum Glück habe ich auf deine Teamsicht gewechselt Jetzt können das nämlich unsere Zuschauer auch sehen Also das hier ist ein schöner Bug Den habe ich mal gesehen Jetzt Ah Jetzt sehe ich hier schon mal so ein Ding So ein Bug So ein ähnlichen Bug hatte ich auch mal Ich war durch ein Portal geflogen Also bei Portal 2 Und dann bin ich In einem Turm stecken geblieben Obwohl ich da wahrscheinlich nicht landen sollte Okay Und jetzt mache ich das Portal da hin Okay, aber jetzt ist dein Portal wieder weg Hm Ich wollte es nur einmal testen Ob es wirklich geht Okay Okay, gut Dann haben wir Do not leave your belongings Ja, ich weiß, mein Englisch ist professional I speak English very well Aber Achtung, nicht so schnell Ich meinte es auch nicht wirklich besser Pass auf, ich weiß, wie es geht Ich weiß jetzt, wie es geht Du weißt, wie? Okay Dann teile es bitte mit uns Großer weiser Mann Ich spring hier rum, ne Und dann versuche ich Oh, was, 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 was Hast du es gesehen? Au Ja, das ist gut Probier es weiter Oh, scheiße Das ging ein bisschen Mist Meine ich An Das ist mir abgewöhnt Okay Höher Höher Ach Was? Ich probier es mal Ich Manchmal kriege ich so knappe Kisten hin Wo soll es eigentlich hin? Dahin, oder? Du, ich schipps, oder? Nein Nein, ein Eis Wasser Eis Ach, ein Wasser Eis Das knuschbert ganz schön Also da soll es hin Ähm Ah Nein, nein, da Hä? Das würde uns einiges vereinfachen Okay Du könntest nämlich von da unten aus Okay Über die Portale setzen, wo es geht Na? Beinahe Ich krieg das hin Ich krieg das hin Ich krieg das hin Hä? Ah, super Hm Moment Ähm Hier kann man es keins hinsetzen Schau mal Ich bin durch Hier kann man keins hinsetzen Weil es hier Hä? Du bist ja nicht durch Du bist ja nicht da durch Das wird trotzdem geblockt Okay Ich hab Ich hab's Ja, komm rein Hä? Nein Dann löst sich doch schon wieder auf Ja, aber Ich bin hier auf Ich bin hier auf einer ganz knappen Kante Wo ich hier stehe Komm einfach rein Teste mal Ähm Oh, jetzt hast du's weggemacht Ja, sag ich doch Ich steh hier Ich steh hier ganz knapp wo Ja, aber das bringt ja nichts Wenn man Wie knapp ich hier Hab ich Scheiße Mist, fast Hm Und Hä? Äh, wo bist du? Okay, ich muss hier springen Ich muss hier springen Okay Das große Trumps Festival Es beginnt Es wird wahrscheinlich so gedacht sein Oh I believe Und zacka Ach, das ist doch nicht so gedacht, ey Mein Gott Hm Meinst du? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Das bringt jetzt aber auch nicht viel Und hier komme ich auch nicht durch Hm Ey, wo ist denn der Strahl? Äh, hier. Hm. Jetzt ist der Strahl da. Hä? Das ist, das ist was, das kann doch nicht so schwierig sein. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Oh, das sah gut aus, das sah gut aus. Ja. Na, durchs, ich kann nicht durchbolzen. Äh, schießen. Komm schon, show one more. Oh, das war richtig knapp. Oh, okay. Krass. Ballad, das ging daneben. Äh, sehr bad. Ja, ja. All right, all right, all right, all right. Und was bringt uns das jetzt? Okay, okay, warte, 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 bleibt da. Okay. Ah, klar, siehste. Und jetzt? Und jetzt drüber an den Knopf. Bam. Okay, okay, okay. Das, ähm. Bringt uns das jetzt was? Ähm, warte, ich überlege kurz. Ähm. Hm. Das fliegt jetzt die ganze Zeit hin und her, oder? Setz mal dein Portal da oben. Da oben? Ja, 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 ja. Dann ist es aber da, wo wir es schon... Da, wo wir es schon malem? the jäps� lovin,aged ja. Ja, ja. Vielen Dank.